Es gab Kontakt, jetzt nicht zwischen mir und dem BVB-Verantwortlichen direkt, aber meinem Berater und Keli. Ich glaube, so viel darf ich verraten, aber der Kontakt war eigentlich, glaube ich, über die letzten Monate immer mal wieder da. Und Aki Watzke kenne ich ja schon lange und habe ihn hier auch mal gesehen gehabt. Wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, aber klar habe ich eine sehr starke Verbindung zum BVB. Und dass dann Gerüchte auftauchen, hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so überrascht. Trotzdem war es für mich von der Wahrscheinlichkeit her, da bin ich auch ehrlich, nicht allzu hoch, weil es für mich jetzt nicht mehr ein großes Thema war, ehrlich gesagt, noch mal in die Bundesliga zurückzukehren, zumindest jetzt nicht.